Ja Leute, willkommen zurück. Ich bin letztes Mal zurückgefahren und habe gespeichert auf dem Weg zurück. Hier zum Speichern hat mich Yusuf angerufen. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Telefonbuch. Hier, Yusuf hat mich angerufen und gesagt, wir sollen mal vorbeikommen. Ja, ich würde sagen, das könnten wir doch einfach mal tun. Äh, dass wir da mal hinfahren, das ist noch nicht so weit. Und mal sehen, was er für uns bereit hat. Bereit hat? Ne, bereit hat ist falsch. Äh, für eine Mission für uns hat. Das wollte ich sagen. So, da macht auch noch Tony an. Gehen wir einfach ran. No. Luis, was gotten into you? Why haven´t you been helping out at the clubs? You serious, man? I´ve been running around this city getting shot at by assholes. Doing hits for assholes. And hanging out with assholes. So we can keep these places running. What else do you expect me to be doing? Standards have slipped, Lou. We´re dead without this refugie street. Just keep an eye on things, okay? Desi´s at Masonette every night. Just talk to him, and he'll explain everything. Okay, D. Put your feet up, relax. Enjoy yourself. alles klar oh das Glück gehabt dass wir polizei gearmt haben aber nichts passiert ja wir sollen uns jetzt wir sollen ab und zu mal in den Clubs aushelfen gut dann würde ich sagen dann machen wir das doch mal nicht mal wenn mal Nacht ist und damit Toni auch nicht sauer wird jetzt pack ich einfach mal ganz das können wir uns ja einfach mal wieder angucken würde ich sagen hey man hey nigga wassup wassup so glad you could make it man seriously fucking a you're for real man you okay bro no I'm fine man I got a couple of bitches upstairs hot ones not cheap nice hey man you wanna join in no I'm cool man yeah of course to be honest anyway after I finish with them they'll be out of commission anyway I'll bang them to pieces after I finish with them they'll look like they've been dragged through the fucking desert wow good for you man good for you listen so um what do you want you see this city I own it everything seriously really no but one day I'm building 60 skyscrapers man condos penthouses luxury apartments serious shit but I tell you oh man oh I love this song you know this song oh yeah hey rap money hey you don't dance not with dudes bro you see this city I run it I run everything I'll show everyone I mean look at this shit here it's a gold phone solid beat that daddy-o wow great man that's great ho 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 hey I'm the real deal nigga I'm the real thang sure bro sure so what do you say you're gonna help me out Tony says you can handle yourself maybe man what do you need I need to shut my fucking father up whoa I ain't killing your father bro no I know you're not I needed to get a helicopter for him you know and I found it it's a military issue beautiful machine sexy the company that built it they have a display model on their boat and that will shut him up you know some of them have got good connections you know and pay me respect we know helicopter clown holt ihr das boot aus dem yachthafen da fahren wir einfach mal mit dem auto hier hin Polizei nö ach da hinten steht okay da hinten steht auch sonst mein auto mit dem ich hergekommen bin aber wir nehmen einfach mal das das ist natürlich viel cooler und ja das ist echt also das muss man einfach haben hier das auto sonst kann man hier nichts mehr erreichen das das ist hier das symbol das auto und kein anderes jawoll schade schade das war natürlich sehr schlau na gut macht nichts einsteigen weiterfahren auto springt noch an alles ist gut wer hat hier jetzt gerade geld verloren wo die wieder aufsteht naja oh einfahrt verpasst ja was fährt er da auch einfach über die ampel ne was soll sowas das ist überall stehen hier die autos rum Sie sind ja aber gleich da. Ah, okay, jetzt sind wir schon da. Gib dich an Bord der Yacht. Gut, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal hier ein Boot von. Ähm, ich würde glatt mal sagen, wir nehmen das, das weiße da hinten, das sieht schöner aus. Ja, das ist, finde ich, eindeutig schöner. Oh, das ist die Karte, würde ich kurz sehen. Okay, wir sind ganz gut. Fahren wir einfach mal hier rum. Wir fahren jetzt doch schon mal eins. Wir fahren hier einfach mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ich kann mich da einfach mal ein bisschen vorsichtig anwagen. Wenn die hinter dem Boot verschwunden sind, dann fahre ich da einfach mal hin. Ich muss kurz warten. So, weiter geht's. Hören wir mal hier auf die Yacht. So, schon sind wir da. Mal wieder vor. Klaue den Helikopter. Das tun wir doch dann mal ganz schnell. Da hinten geht's lang. Laufen jetzt auch noch mal ganz auffällig hier rum. Einsteigen. Und dann kann's losgehen. Wird gemacht. Ihr werdet gleich noch merken, dass ich nicht so gut im Helikopter fliegen bin, weil ich so mit der Karte fliege. Okay. Umdrehen. Boot platt machen. War klar. Ah. Das hört sich doch gut an. Klinke Maustaste kann ich leider gerade nicht benutzen. Weil ich hier mit Tastatur fliege und keine drei Hände zur Verfügung habe. Oh, oh. Leider habe ich glaube ich nicht ganz so gut getroffen. Wir versuchen es einfach nochmal. Was. Das war verdammt knapp. Oh. Wie. Oh oh! Oh man! Wie seht, bin ich echt nicht gut da drin. Oha! So fällt da ein bisschen was aus. Hm? Hm? Was ist denn das? Ich schieße doch da die ganze Zeit drauf. Warum auch immer er jetzt nicht kaputt geht. Aha! Sehr schön. Oh man! Das war ja echt, echt ein bisschen schlecht. So. Die flüchtenden Boote zerstören. Na gut. Oh! 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 Oh man! Okay, jetzt ist das Boot kaputt! Wow. Nicht ins Wasser nicht ins Wasser nicht ins Wasser nicht ins Wasser! Ne, liegt doch nicht. Aber wir fliegen denen jetzt wieder hinterher. Weites Boot. Ah, ein bisschen getroffen habe ich es, glaube ich. Wird das nicht kaputtieren oder riecht das auf? Aha. Sehr schön. Das war doch gar nicht so schlecht. So, dann haben wir noch nicht so gut in den Helikopter. Boot, blöder. Ich glaube, er ist ein bisschen größer und wahnsinnig, aber es ist okay Ja, es ist ja schon gut, dann lande ich hier mal So, alles klar Du musst sein, Louis! Mann, das ist ein verrückter Fahrrad, das du hier hast Erzähl mir mal, Mann Du bist verrückt, oder? Du bist ein verrückter Fahrrad Dieser verrückte Mann Ein bisschen sehr schrecklich großartig Er könnte all die Gold in der Welt gehabt haben Aber er ist beschäftigt mit dem, was sie ihn wollen Ist ja auch nicht schlecht Okay, dann haben wir die Mission gerade noch so geschafft Ähm, bis zum nächsten Mal Ciao